Saskabiel. Saskabiel ist ein Engel. Saskabiel ist ein Schutzengel. Saskabiel ist auch ein Engel, der besondere Stärke hat. Saskabiel wird insbesondere gerufen bei Ritualen des Exorzismus. Ich bin jetzt kein Spezialist im Exorzismus, habe noch nie bei einem exorzistischen Ritual mitgewirkt und deshalb gebe ich jetzt einfach nur wieder, was man so findet in den Büchern, wo Saskabiel beschrieben wird.